Musik 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 Der Tobias hier von Pagina hat mir gerade gesagt, er hat einen Kulinarik-Trick. Das heißt, es ist der richtige Mann, um mal zu fragen, was man auf der Buchmesse so richtig gut essen kann. Also was gibt es zum Mittagessen bei dir? Oh, zum Mittagessen bin ich tatsächlich traditionell beim Stand von der Allgäuer Zeitung zum Kässpätzle-Essen. Jeden Tag? Jeden Tag, drei Tage lang. Das hältst du gnadenlos durch? Das halte ich gnadenlos durch, weil es gibt eigentlich dann immer auch ein Bier dazu, aber das nehme ich meistens erst abends. Okay, also dein Mittagessen ist gesichert? Mein Mittagessen ist gesichert und das sind genügend Kalorien für den ganzen Tag. Das ist ja perfekt. Das heißt, du musst auch gar nicht frühstücken und gar nicht mehr Abendessen. Naja, zum Abendessen geht es natürlich zur Hedicke am Donnerstag, das ist klar. Und frühstück sind wir ja auch in einem Hotel, wo hinreichend viel Buffet da ist. Das heißt, ich habe nach der Messe regelmäßig nicht abgenommen. Also dein Tipp... Dein Tipp... Regelmäßig nicht abgenommen, ne? Dein Tipp wäre also auf jeden Fall Allgäuer Zeitung... Äh, Allgäuer... Allgäuer... Äh... Genau, Allgäuer Zeitung, viel Käsespätzle, viel Feind, viel Ehr, da muss man durch, aber es lohnt sich. Und sonstige kulinarische Highlights sind mir schon aufgefallen auf der Messe, außer Käsespätzle? Hm... Wenn es dazu nicht reicht, dann bleibt es leider bei Rittersport am Stand bei uns, weil ich dann nicht vom Stand weg komme. Okay, der Stand hier, äh, Pagina, äh... Ich mache hier mal... Ja, der Bildschirm... Man erkennt die eigentlich sofort. Die sind in der Regel sind in der Halle 4.2 und machen voll die geilen Sachen. Wir machen voll die Sachen mit, äh, Daten. Genau. Mit Daten. Mit Daten. Ja. Unter anderem mit Kochbuchdaten. Ja, unter anderem auch mit, äh, Kochbuchdaten. Ja, danke für den kulinarischen Weg. Ja. Jederzeit. Perfekt. Alles klar. Lasst es euch schmecken. So, tatsächlich, ähm, habe ich hier jetzt Käsespätzle. Frisch gebracht von AZ-Druck. Das ist echt der, der Lieferservice, ja. Die haben hier sogar einen Lieferservice. Das ist echt der Hammer. Herr Baran war gerade hier bei unserem Stand, hat mir die Käsespätzle vorbeigebracht. Und auch noch äh, stilecht. Herzchen. Sind die nicht klasse da bei AZ-Druck? Der Hammer. Also Käsespätzle, Allgäu Käsespätzle. Heute mein verspätetes Mittagessen. Heißen Dank dafür. Äh. Das ist gut. Hausherstöner. Und das ist gut. Vielen Dank.